1...Dau! Neeeeeeeeeeeeeeeeee! Ah 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 ah! Fimmert durch! Fimmert euch jemand lasern nicht! Du hast Laser? Aber das ist unmöglich! Unmöglich ist mein zweiter Name! Unmöglich Laser? Aber das ist unmöglich! Genug! Ich befreie euch, denn Freiheit ist mir wichtig! ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hi, ich bin Eduard Laser, Kampftitan, Piano-Virtuose und Ex-Navy-Seat. Freiheit ist mir wichtig. In meinem Laser-Dojo lernen Sie in kürzester Zeit Kampftechniken, die die Freiheit garantieren. Hey, das Schild ist falsch. Was? Das Schild. Laser-Kick! Laserschelle! Laserschelle! Nach erlernten Techniken erfolgt eine Prüfung, die ich, Eduard Laser, persönlich vornehme. Zeig mir deinen Laser-Block! Zeig mir Laser-Kick! Zeig mir Laserschelle! Nach absolvierter Prüfung erhält jeder Schüler eine von mir zertifizierte Urkunde. Außerdem gibt es regelmäßig Komitees, bei denen die Schüler ihre gelernten Techniken in Sparingskämpfen testen können. Hat sie! Laserschelle! Laser-Block! Laser-Kick! Kommen auch Sie in den Laser-Dojo und lernen Sie in bis zu zwölf Bundesländern indizierte Kampftechniken aus dem von mir entwickelnden Laser-Kampfsystem. Rufen Sie gleich an oder schreiben Sie einen Laser-Brief. Freiheit! Achso, und deine Schellen sagen dir, dass das nicht klappt. Mal sehen, was sie sagen, wenn ich sie eingepackt hab. Vergiss nicht, mein Faden ist hart wie Stahl oder Mitte der Ra... Eduard, warum ballern wir? Wir ballern für die Freiheit! Denn Freiheit ist mir wichtig! Ja, mir auch. Und jetzt! Sende die Rakete! Ja, da blickt was! Oh, so schnell! Hier, Meister! Der Brustbarnfach! Hier ist der Arsch! Hey, Meister! Das Prunkstück! Ja, 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 ja. Ja, 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 Das reicht. Laser hat hier nichts mehr zu tun. Freiheit!